Ok Nice Ich bin gespannt ob ich die jetzt besiegen kann Neeeeein Hey Leute und damit willkommen zu einer kleinen Runde Survival Games Mit dabei ist hier der Let's Shadow YouTube Ne Spaß Mit dabei ist hier der Manuel Und wir haben heute eine pornografische Story am Start Nämlich hat sich der Manuel vor einer Woche einen Hamster gekauft Für 130 Euro Und der Hamster hat einen ganz speziellen Namen bekommen Das könntest du doch mal bekannt geben Heißt Let's Shadow Also ein sehr interessanter Name auf jeden Fall Und ich habe vorhin ein paar Pictures bekommen vom Hamster Den würde ich am liebsten ficken Ja ich finde es auf jeden Fall Eine scheiße Idee von dir Manuel Und du hast auch einen YouTube Channel Manuel? Ja Alles klar Eigenwerbung Seien wir mal nicht so abgehoben Du kannst jetzt auch mal den Kanal Namen nennen Jetzt kommt bestimmt irgendwas Ja Ich heiße Jetzt werde ich wegpiepen Hey das ist aber nicht normal Nämlich war das so Dieser Let's Shadow YouTube Account War eigentlich mein Account Also ich heiße ja immer noch Let's Shadow hier in Minecraft Aber ich habe mir einen zweiten Account gekauft Und den habe ich Let's Shadow YouTube genannt Der Manuel ist auf die coole Idee gekommen Mir diesen Account abzukaufen Für geschlagene 50 Euro Der hat mich getötet What the fuck What's up nigga Am Start habe ich hier ein paar Kaugummis Nur für euch Die bekommt ihr sobald ihr mir ein Like gegeben habt Nice den könnte ich bekommen Den könnte ich bekommen Und Nice Ja 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 Digga Wie blöd ist der Bastard alter Zieh das mal rein Guck mal Oh mein Gott Scheiße Nein Bro Mach das nicht Ja das war jetzt auch noch mein Kill Wie geil Ja das war jetzt auch mein Geld 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 Ja.